Hör ich mich? Hört ihr mich? Hallo? Jetzt höre ich das Spiel! Einen wunderschönen guten Abend! It came, it came, it raged, it raged! So, ich gucke mal gerade, wie ich mein Mikro noch irgendwie unangenehm ausgerichtet bekomme, damit es mir so im Gesicht hängt, wie immer. Uah. So vielleicht? Okay. Schauen wir mal. Guten Abend, Luki Char. Und guten Abend, Till Ratnabe. One Piece. Groß Neues! Ja, das erste Mal dieses Jahr. Ich war gerade noch in den Einstellungen. Hat es mich ein bisschen getrollt. Der Bob, der Bob, der ist gerade, glaube ich, Yu-Gi-Oh! Am Spielen. Huhu, du hörst mich, Christian. Sehr schön. Gerade habe ich ihn in Einstellungen gesehen. Ich gehe auf Twitch und er sagt, Twitch mir, ey, willst du nicht diesen neuen, tollen Moderationsmodus ausprobieren? Ihr kennt das heutzutage, ne? Ihr macht Discord auf. Da kommt direkt, ey, pop in, hier, drück mich, klick mich, ich habe was Neues für dich. Und ich denke mir so, ich habe keinen Bock, dich zu lesen. Drücke ich dich jetzt weg, lese ich dich nie wieder. Soll ich drücken oder soll ich nicht drücken? Jetzt gerade auf Twitch denke ich mir so, okay, da ist eine automatische Moderation für den Chat. Geh ich mal, ich klick's mal an, ich guck's mir mal an. Zack, ganz viele Chatregeln werden aktiviert. Erstmal nachlesen und alles wieder deaktivieren. Das ist ja voll zum Kotzen. Also, wenn da bei euch im Twitch-Chat noch steht, dass ich den nur Follower-Modus aktiviert habe. Nein, das war automatisch dieses Pop-Inding. Gauenvoll. So aufdringlich. So, ich habe es halt irgendwie nicht mit dem Licht, ne? Hier irgendwie so, ach, das ist halt, heute will das nicht so. Moment, ich gucke auch gerade, wie die Kameraperspektive die beste und geilste ist. Wenn ich jetzt, wenn ich so gehe, dann sehe ich vom Spiel nichts mehr. Aber ich glaube, so sitze ich hier im Mittelpunkt meiner Kamerainstellung. Ich habe ein neues Setup ausprobiert. Ich bin jetzt in noch schärfer. Schaut mal. Das dürfte jetzt noch schärfer sein. Jetzt sitze ich aber so seltsam nach vorne gebeugt. So, oh, seltsam. Dann müsste ich das Mikrofon weiter nach hinten nehmen. Alles seltsam. Ich teste noch. Ich übe noch. Aber das macht mich schärfer. Mit der neuen Kamera hochkant. Habe ich das eingestellt. So, wir gehen wieder ins Spiel. Ah, okay, das scheint ein Problem zu sein. Da scheint nämlich... Ist die Elgato nicht hier drin? Doch, 4K. Aber die ist hier ausgeschaltet. Das ist schlecht. Dann deaktiviert sich das im Just Chatting. Hier. Wir ziehen das mal nach oben. So, man kann das ja hier machen, dass es stumm ist. So. Und dann könnte ich das nach unten ziehen und es ist weg. So. Warum ich das mache? Ein bisschen Technikerklärung. Jetzt gibt es hier keinen schwarzen Bildschirm. Ihr seht, hier ist das Spiel. Jetzt ist das Spiel natürlich stumm. Ich gehe auf Just Chatting. Just Chatting. Just Chatting. Und zack, zurück. Das Spiel ist da. Aber jetzt natürlich ohne Ton. Dankeschön. So. Wofür ist das gut? Wenn ich die Szene wechsle und ich habe dann eine Quelle ausgeschaltet in der Szene, dann muss die in der nächsten Szene, wenn ich zurück wechsle, erstmal gestartet werden. Deswegen kann man einfach alle Quellen in jeder Szene aktiviert haben, aber im Hintergrund versteckt. So, dass ich, wenn ich hin und her wechsle, die einzelnen Quellen nicht mehr aktiviert werden müssen. Was nämlich eine extra Verzögerung mit einbaut. So kann man diese Verzögerung verhindern. So. Ich muss gucken, wie ich hier am besten gucken kann. Also da ist der Chat. Da lese ich euch. Hinten. Der Stuhl wackelt ein bisschen. Ich muss den Stuhl mal festschrauben. Und ich schalte jetzt vor mir das Spiel ein, damit ich das Spiel vollkommen sehen kann. Ich bin mir noch unsicher, weil dieses Mikrofon nimmt mir das Licht sehr weg. Wäre besser, wenn ich noch extra Beleuchtung hätte. Also ich besitze noch extra Beleuchtung, aber die habe ich heute nicht aufgestellt. Nicht für so ein kleines Kamerabild. So. Wo bleibt das Popcorn? Das ist dein Ding. Wie soll ich dir über die Kamera denn bitte schön Popcorn reindrücken? Till. Das geht doch nicht. So, ich hatte... Oh, zu nah dran. Nein. Hier. Ich hatte Sachen vorbereitet. Hier, Wölfe plus zwei. Ich möchte Wölfe plus drei. Vielleicht auch Wölfe plus vier. Das ist mein Spielstand, wie ich ihn letztens auch im Stream hatte. Also letztens, letztes Jahr, vor langer Zeit. Folge fünf. Vorbereitungen halt für die ersten Storybosse. Wir haben noch keinen Storyboss gemacht. Ich habe inzwischen ein Video veröffentlicht, in dem ich Margit besiegt habe. Da ich das Spiel ja gleichzeitig hier mit zwei Charakteren spiele. Also mit zwei Spielständen. Damit ich euch auch zeigen kann, wie man denn das Spiel ganz einfach macht. Der Easy Mode quasi. Ja, quasi. So. Ich war schon mal hier. Katakomben der schwarzen Klinge. Ich glaube, hier ist der Hund begraben. Also, die Blümchen, die wir brauchen. Ja, und bist nicht im Voice. Bobitanium? Schickt mir digitales Popcorn. Als du geschrieben hast, ich soll in Voice kommen, habe ich übrigens geschlafen. Ich habe mich gerade eben schlafen gelegt. Weil ich nämlich schon erzählt habe, ich werde abends immer extrem schnell müde. Ach, Vaterne. Ich werde einfach so schnell müde. Und deswegen dachte ich mir, deswegen dachte ich mir, ich habe 7000 Seelen und laufe jetzt bestimmt nicht hier rein. Oh Mann. Warum tue ich sowas? Mit Dreieck setzt man sich. Ewig nicht mehr gespielt. Stufenaufstieg. Ich bräuchte 11.000. Bin gar nicht mehr so weit davon entfernt. Dann gucke ich doch mal. 9. Okay. Wie viel? Was muss ich drücken? Ansicht wechseln? Nein. Hier. 400. 400 mal 9. Bin mir nicht sicher. Ich rechne jetzt nicht. Wir teleportieren uns erstmal weg. Kann ich gar nicht. Okay, ich muss hier raus. Erstmal ein Schrittchen raus. Das Auge der Bestie zittert. Hier ist nämlich auch noch ein geheimer Boss drin. Wir leveln gerade mal. Einmal. Und dann gehen wir nochmal da rein. Und dann holen wir uns die Blümchen. Das wird nämlich so ein Selbstmordkommando. Da verlieren wir nachher alle Echos. Das wollen wir jetzt nicht. Nicht mit der Menge. Okay. Hat sich so angesneakt. So ganz heimlich kam das an. Ich hätte mich auch teleportieren können. Wir wissen ja, die Ladezeiten sind sehr, sehr knapp. Das Problem ist, das Spiel beginnt ja schon auf leicht. Ja. Erzähl das den Leuten, die sich eine Easy-Mod runterladen. Denn wer eine Easy-Mod spielt, jetzt mache ich hier Gatekeeping, wer Elden Ring mit einer Easy-Mod spielt, der hat Elden Ring nicht gespielt. Das klingt sehr elitär. Meine ich gar nicht so. Oh, da hat es mich voll zerfetzt. Bekomme ich bitte die Echos noch? Nein? Ah. Klingt sehr elitär. Ist gar nicht so gemeint. Der Easy-Mod ist eingebaut. Es ist genauso wie das Online-Gameplay von Elden Ring oder das Online-Gameplay von Souls-Spielen ist im Spiel implementiert. Man geht nicht in ein Menü. Ich kann direkt weiter reiten, ne? Man geht nicht erst in ein Menü rein, um sich eine Lobby zu suchen, sondern die Online-Lobby findet in der Welt statt. Live in der Welt findest du die Online-Lobby quasi. Dann kannst du dir die Mitspieler aussuchen. Genauso ist das mit dem Easy-Modus. Der ist in der Welt. Der ist Teil des Gameplays. Der ist Teil der Umgebung. Der ist Teil der Items, die du einsammelst. Das ist der Easy-Modus in Souls-Spielen. So wie der Online-Modus. Und das meine ich damit, wenn man eine Easy-Mod runterlädt, dann schneidet man sich ein Stück implementiertes Gameplay aus dem Spiel raus. Ob man dann noch das Spiel gespielt hat? Ich weiß es nicht. Man kann es natürlich auch, man kann auch sagen, wer es nicht online gespielt hat, hat kein Elden Ring gespielt. Weil Online-Fähigkeiten sind nun mal da. Das ist der Online-Modus. Könnte man ja genau so sagen. Ich spiele es ja offline und so. Stufenaufstieg vorhanden. Wir brauchen Kraft, Geist. Was wollte ich denn erhöhen? Die muss ich auf 15 haben. Die auf 24. So weit, so gut. Arkan-Energie brauche ich tatsächlich, weil ich noch den giftigen Atem benutzen will. Dafür brauche ich das noch. Zauber erlernen. Den besitze ich auch noch gar nicht, den giftigen Atem. Den müssen wir erstmal uns besorgen. Dafür muss ich, glaube ich, den faulen Drachen. Den alten Faulpelzdrachen erlegen. Muss ich. Gut erklärt, sagt der Till. Lucifer hat ein neues Deck. Nach dem Stream. Ich werde nach dem Stream so tot sein, Bobitanium. Die jungen Hüpfer, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Es ist Winter. Es ist verdammt schnell dunkel. Und ich bin einfach abends bereits komplett müde. Ich habe bereits... Hört mir irgendwer zu? Hört ihr mir überhaupt zu? Ich habe geschlafen. Ich habe gerade eben auf der Couch geschlafen. Ich bin schon so weit. Ich bin schon bettfertig. Jetzt, ich bin sofort... Ich kann mich hinlegen und bin bettfertig. Ich bin alt. Ich wache morgens bettfertig auf. Nee, Winter ist halt nicht meine Zeit, um wach zu sein. So. Ich war schon mal hier in dem Dungeon, um mir das Blümchen Stufe 2 zu holen. Mal gucken, ob ein neues da ist. Haben wir ein neues? Haben wir nicht? Nein. War da eins? So. Die Sache mit den Skeletten ist... Die sind unsterblich. Nee, da war kein neues. Die sind unsterblich. Und zwar richtig unsterblich. Äh, unsterb ich. Unsterblich. Solange deren Totenbeschwörer noch da ist. Aha. Okay. Ja. Wir wollen auf... Das Fallbeil. So. Da wollen wir drauf. Dann wollen wir ein Blümchen nehmen. Oh ja. Und... Einen weiteren Totenbeschwörer töten. Als hätten sie das direkt aus Dark Souls 1 genommen, ne? Ah, ha, 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 ha. Kommt mir nicht zu nah. Okay. Uh, Menschenknochensplitter. Sieht geil aus, ne? Da erzähl ich noch. Ich zeig euch den Easyway. Ich hab euch grad gezeigt, wo man leveln kann. Wenn euch das zu hart ist... Welchen Monitor ich nutze. Ich habe zwei Monitore. Ich hab einen 4K-Samsung-Monitor. Und ich hab meinen Fernseher. Ich hab da hinten einen dicken Fernseher stehen. Der ist extra weit weg. Deswegen hab ich ein Problem damit, euch zu lesen. So war das schon immer. Und einen kleinen Monitor direkt vor mir. So, ich hab vergessen, wo ich eigentlich lang wollte. Ist das hier ne... Ja, es ist eine geheime Wand. Mit einem geheimen Boss. Aber nur einer Blume Stufe 4? Das ist schade. So, kann man hier nicht... Man kann hier jemanden rufen. Guckt euch das mal an. Da haben wir den. Hier, die. Wir können die rufen und können uns hier ne Todeswurzel holen. Wär das nicht geil, aber... Ich glaube, hier geht's auch noch runter. Oh, zumindest ein Blümchen haben wir hier. Aber der geht's auch runter, ja. So. Erledigt. Gräbertalilie 3. Wow. Da hat er mich aber überrascht. Also da haben wir nämlich den versteckten Boss des Dungeons. Mit HDMI 2.1 Anschluss. Ja, das ist höchster Stand der Technik. Alles 4K. Was willst du mit 4K, wenn du kein 2.1 hast? Also, ja. Brauch ich dir nicht zu erzählen, Till. Es ist ja alles geflutet worden. Es ist ja alles neu gekauft und es ist alles 4K-kompatibel. Und zwar musste jedes kleinste Teil 4K-kompatibel gemacht werden. Also die Frage ist, wie sehr werde ich das überleben können? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben? Den nächsten Boss. Also ich kann jemanden rufen, kann doch die Wölfchen rufen. Und dann können wir hier einen Boss kaputt hauen. Wir versuchen's mal. Ich hab aber schon fast alle Estusse verbraucht. Ich bleib einfach bei Estus und Seelen, okay? Einigen wir uns drauf. Keine Echos und keine Purpur-Tränen, sondern Estus und Seelen. Die Jäger der Toten. Die Frage ist, kann ich überhaupt gleich die Wölfe rufen? Oh, scheinbar nicht. Nein. Nein, man kann gar keiner. Kann man nicht. Krass. 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 Äh, hallo? Hab ich was? Ah, ich hab das Falsche gedrückt, ne? Ich hab meinen Stans nicht aktiviert. Der macht das schon ganz gut. Ich glaub, da muss ich nicht weiterhelfen. Das zieht schon ab, ne? Das hilft schon. Zack. Schön drauf. Der macht das eigentlich gar nicht gut. Ach, mach doch mal einen Crit. Warum macht er keinen Crit? Da haben wir ihn ein bisschen gebrochen. Kann ich natürlich auch. Ich hab Flammen der Rotmähne. Ich müsste es nur auf dem Deutsch ausrüsten. Dann kann ich hier natürlich den Gegner einfach fertig machen. Ihr seht es aber sehr kritisch, weil ich hab wirklich kein Erstos mehr. Und ich hab's fast hinter mir. Könnt ihr mal aufhören von mir wegzudingsen? Wow. Wow. Jetzt hat er mich gleich. Danke. Wie hat's geregelt? Assassinen Himmelsklinge. Okay. Schwarzer Messerabdruck. Super. So, jetzt könnte ich weiterlaufen, aber wer will das schon, ne? Wir wollen hier raus und wir wollen... Habe ich da eine Gräbertallilie 3 oder so? Das ist ja blöd. Objekte? Ne, nicht Herstellung. Objekte an sich. Mal gucken. Seh' ich nicht. Hatten wir hier die... Waren die hier? Oder sind die... Sind die hier? Ja, hier sind die. Drei. Ja, drei und vier habe ich. Ja, dann... Sind wir raus hier? Ein Prozent, sagt er. Wie ein Prozent? Meine Überlebenschance. Ja. So, ich kann mich einfach noch nicht entscheiden mit dem Mikrofon. Ich glaube, ich will es noch näher an mich ranholen. Wir sind am Eingang. Man ist das dunkel. Mal sehen, ob das reicht, um die Wölfer ein bisschen zu pushen. Trinken einen Kaffee. Das funktioniert nicht, Bobbitanium. Ich trinke schon den ganzen Tag Kaffee. Irgendwann ist es soweit. Da trinke ich einen Kaffee und werde vom Kaffee müde. Und kipp vom Kaffee um. Das funktioniert nicht. Außerdem spiele ich die letzten Wochen gerne Final Fantasy... ...die 15 abends so zum Abschalten. Ich wollte gar nicht kaufen. Ich will meine Wölfchen aufleveln. Habe ich ja gerade eben auch Bock gehabt, mein Kamerasetup einzustellen. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Hochkantkamera so vollkommen hochkant nehme... ... und ihr seht mich hochkant, dann wird mein unterer Körperteil extrem vergrößert. Mein Kopf ist zu klein und der Rest des Körpers geht nach unten hin. ... und plötzlich mega auseinander. Das ist eine ganz seltsame perspektivische Verzerrung. Kaffee macht müde. Vandale Tim. Guten Abend, Tim. Tim hat mich heute auch schon ganz fertig gesehen auf der Arbeit. Da bekam ich ein bisschen Hunger gegen Mittag. Ein bisschen, mir war sehr flau. Ich habe zu viel getanzt. Zu dem wollte ich doch auch nicht. Nee. Bin ich so... ... abgelenkt. Zu ihr wollte ich. Grüß dich. Grüß dich. Willst du hier für Spirit? So. Den nicht, aber den. Den können wir auf... ... plus drei... ... und auf plus vier. Cool. Tja, jetzt schon mal ein gutes Stück stärker, ne? Die drei Wölfe auf plus vier. Das ist schon was. Das ist schon krass. So, ich glaube, ich habe die ganzen Side-Missions noch nicht gemacht, ne? Ich habe die Umarmung mir nicht abgeholt und so. Ich habe das mit die nicht gestartet. Muss das denn schon sein oder muss es noch nicht sein? Oh, hier habe ich mir auch noch was markiert, ne? Da wollten wir noch hin. Ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich glaube, wir machen die... ... wir machen die Dungeon hier noch zu Ende. Das Dungeon, wie auch immer. Ich wollte noch gucken. Das Rote fehlt mir noch. Es gibt da noch ein rotes von. Das hier gibt mir FP zurück, wenn ich critte. Das könnte sogar schon reichen. Das verbindet man nämlich mit dem... ... mit der Flamme der Rotmähne. Und nach zwei Flammen bricht der Gegner zusammen. Man kann ihn critten. Und dann macht man seine FP wieder voll. Du konntest Havel nicht One-Hitten. Ich habe doch perfekt beschrieben, wie man den One-Hitten kann. Den gibt es hier nicht, Bob. Bob hat ein paar Bosse gewone-hittet. Ich habe ja den Ziegendämon gewone-hittet. Ich habe den ganzen Tag meinen Namen getanzt. Ja. Habe ich in der Waldorfschule gelernt. Natürlich. Den Namen tanzen. Wie sehe ich jetzt? Okay, 4000 haben wir. Ach, 4000. Die armen 4000 werden wir vielleicht verlieren und opfern. Das wäre natürlich zu schade. Wir teleportieren uns jetzt einfach nochmal in die Höhle. Wir versuchen, diese Katakomben zu beenden. Und eigentlich bin ich schon perfekt ausgerüstet, um Margit so was von kaputt zu hauen. Ihr glaubt es nicht. Ich vergesse immer, die Laterne einzuschalten. Wir müssen denselben Weg jetzt nochmal laufen, aber dann runterspringen, glaube ich, um an den Schalter zu kommen, der hier diese Tür öffnet. Das nehmen wir einfach mal mit. So. Oh, ja. Man muss natürlich auch treffen. Einmal hoch, bitte. So. Sehr schön. Menschenknochensplitter. Wieder eingesammelt. Okay. Aber wir wissen, hier rechts um die Ecke, da wartet wieder einer auf uns. Den wollen wir nicht direkt abbekommen. Ah, okay, wir haben ihn doch abbekommen. Komm. Double KO. Alle besiegt. Es sind einfach alle tot. Warum nicht? Grauenvoll diese Ladezeit, ne? Es hat so lange gedauert. Es ist, boah. Ewig wartet man, ne? Wenn man verloren hat. Ewig. Wisst ihr noch, wie das früher war? Demon's Souls auf PS3? Och. Dark Souls. Dark Souls 2. Lief alles schrecklich. Auf der Originalkonsole. Ich liebe ja Remaster-Version, ne? Deswegen habe ich es ja auch im Namen. Deswegen ist das mein Kanal-Name. Remaster. So, wisst ihr was? Ich habe gar kein Thema mitgebracht in den Stream. Ich habe mir kein Thema überlegt. Was eine tolle Sache ist. Ich bin ja oft beim Gluon als Zuschauer. Und der Gluon hat immer irgendein Thema. Auch direkt im Titel drin stehen. So, nein, nein, nein. Hör auf. Nicht angreifen. So. Und ich versuche ja manchmal beim Gluon einfach nur zu lurken und zu gucken. Aber dann immer wieder kriegt er mich dazu, dass ich mich doch einmischen muss. Irgendwer sagt irgendwas. Wie zum Beispiel, Genova ist vom alten Volk. Und dann findet der Gluon an so, was? Wer glaubt denn sowas? Und dann muss ich direkt mit rein und dem Gluon hier beipflichten und sagen so, was? Nein, kein Mensch glaubt sowas. Das ist unmöglich. Wie kann man sowas glauben? Nein. Stürz nicht. Ah, fuck. Äh, blöd. So. Jetzt haben wir das eine Skelett darunter geschlagen. Und ich bin gut durchgekommen. Ihr seht, sechs Estos. So. Warum geht die auch nicht automatisch an? So, ich glaub, hier müssen wir runter. So. Und ich meine mich zu erinnern, hier ist alles voller Krabben, ne? Doch nicht. Keine Krabben. Oh, was ist das denn? Da, 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 da dolcht er mich und ich hab keine Aus, hatte ich keine, warum hab ich nicht zugeschlagen? Da dolcht er mich. Jetzt liegen bestimmt hier bestimmt hier geile Sachen rum überall, die ich haben will. Da hinten sind Blumen. Ich will die Blumen haben. Jetzt müssen wir den Weg nochmal laufen. Das war der, ne? Das war der. Das war der Padder, den wir hier runtergeworfen haben. So rächt sich das. Jetzt ist die Tür zum Boss schon offen, aber ich will nochmal ins Dungeon rein. Ist ja grauenvoll. Aber wir kennen den Weg. So, einmal hoch. Was passiert eigentlich da vorne? Da müssten wir auch mal gleich nachgucken. Ich hab ja noch gar nicht alles durchgeguckt. So. Tja, da geht auch so, ne? Geht, geht so ganz einfach. Jetzt wieder zu dem hier. Ach, komm. Lass der entfernen und trifft er mich. Okay, der steht noch. Der steht noch. Aber in einem guten Winkel für uns. So. Geschafft. Jetzt runter. So, und kein Skelett steht da. Und eine weitere Blume, Stufe 3. Damit können wir dann zum Beispiel unseren Zombie-Hund auf Stufe 3 bringen. Falls wir jemanden verseuchen wollen. Stimmt, seuchen kann ich ja sonst noch gar nicht. Ich kann ja den Drachenkopf noch gar nicht benutzen. So, da drüben sind aber doch... Ah, der ist nicht tot. Also der ist tot. Aber der ist nicht tot tot. Der ist nicht tot mal zwei. So, wenn ich da reingehe, kommen Krabben. Ich kann aber bestimmt wieder hierhin zurücklaufen. Wenn ich Angst bekomme. Also ich meine, da kommen große. Da kommen große Krabben, ja. Hau dann einen Kinder kaputt. Hau sie doch kaputt. So. Das ist ein Gatekeeper, ja. Jetzt haltet nicht mich für ein Gatekeeper, weil ich sage, ihr habt irgendwie gar nicht richtig gespielt. Das ist ein Gatekeeper. Guten Abend, ESA. Der Gatekeeper hier einfach. Komm her. Lauf nicht weg. Hey, komm wieder her. Komm her. Komm, komm wieder her. Nicht weglaufen. Hat er das überlebt? Hat das Gitter ihn geschützt? Das gibt's doch nicht. Drecksau. Kehlt noch schnell ne Krabbe für mich. Hab ich den nicht getroffen? Steht, ne, der steht nicht mehr. Ich dachte gerade, der steht noch. Machst mich alle. Du machst mich alle. So. Krabben Eier. Sehr schön. Oh, da liegt was. Da liegt was. Guckt euch das an. Das ist doch ne Falle. Hier kommt gleich irgendein dickes Vieh hoch. Ganz bestimmt kommt da ein dickes Vieh hoch. Ein Runenbogen. Ich brauch die Dinger nicht. Ich benutze sie nicht. Die sind Schmutz. Okay. Jetzt haben wir 8000 Seelen. Und sind irgendwo mitten im Gemäuer. Reberteilide 3. Geil. Zu geil. So, da ist der Raum mit den Messern. Ihr wisst Bescheid. Wir holen die Seelen und sind wieder raus. Wird das eigentlich Kai ausgesprochen oder Zai? Der Tee. Shai? Shai-Tee? Aber ist das nicht ein Lattegetränk? Shai-Latte? Shai mit Milch? So, jetzt sollten wir es schaffen. Wenn mir jetzt nichts Blödes passiert, wie meistens. Au! Der zündelt. Boah, ich wäre fast in das Messer reingelaufen. Naja, das wäre auch blöd gewesen. Ah, oder sowas Blödes, wie, dass ich den Totenbeschwörer nicht töte, der sich oben versteckt. Zum Beispiel nur. Nur so zum Beispiel. Wow, ist ja nicht schlimm. So. Uh. Okay, geht. Und schnell wieder raus. So. Da. Habe ich das nie geöffnet? Könnte ich. Nur um zu gucken, was drin ist. Ich glaube noch ein Gegner, ne? Aber irgendein Gegenstand. Man sagt Shai. Ist das auch Shai-Latte? Okay, einmal Reset it. Jetzt machen wir den Bonusraum auf. Ach, der folgt mir jetzt. Das ist blöd. Komm her. Ich bin übrigens sehr unterlevelt für dieses Gebiet, ne? Sehr, sehr unterlevelt, wie ihr seht. Eigentlich läuft man hier nicht so durch. Ah, okay. Der könnte mich ein bisschen nerven. Der könnte ein bisschen nerven. Das sollten wir verhindern. So. Nicht im Inventar. Das könnte erklären, warum ich es auch nicht aufgemacht habe. Okay. Steinschwertschlüssel nicht im Inventar. Dann können wir jetzt aber gegen den Boss kämpfen. Diesmal kann ich bestimmt die Wölfe benutzen. Kommt, glaube ich, davon. Ja. Ich nehme an, dass man Tee auch mit Milch trinken kann. Die Engländer haben es vorgemacht. Also ja. Türkische Tastatur. Ah. Die Buchstaben gibt es nicht. Okay. Kann ich nicht. Wie? Alter, was? Doch. Jetzt kann ich. Wieso kann ich jetzt beschwören? Wieso konnte ich gerade nicht beschwören? Und wieso jetzt? Das stimmt doch nicht. Habe ich nur die falsche Taste gedrückt? Blockt der mich einfach. Jetzt sind natürlich meine ganzen Seelen da im Raum. Wenn ich jetzt nicht abliefere, sind die weg. In dem Loch hast du auch Stunden verbracht. Doch, 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 doch. Geht, geht, geht. Da habe ich gerade irgendwas Falsches gedrückt einfach. Da habe ich einfach was Falsches gedrückt. Hab die Seelen schon mal zurück. Gut. Lenkt den doch mal ab. Okay, da war ich gerade irgendwie in der falschen Animation und habe seinen Angriff überlebt und habe auch schon gewonnen. Das war's. Okay. Da liegt was Geiles. Ach, das ist bestimmt so eine besondere Beschwörung. Ne, Todeswurzel. Okay, okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich dachte, die Todeswurzel bekommt man automatisch beim Extraboss. Gut. Die Todeswurzel für den Bestienmann. Ach, kann man mit Milch trinken. Gut. So, wir können teleportieren. Ja. Gurenng wohnt hier, der Bestienmann. Da ist auch einer der stärksten Gegner im Spiel. Der hat mich angegriffen im New Game Plus. Bestialische Schlingen. So. Jetzt habe ich noch nicht genug Seelen zum Aufleveln. Das müssten wir gerade einmal leveln. Dann würde ich mir den faulen Atem vom Drachen holen. Beziehungsweise gucken wir mal. Wir brauchen. Aha, doch, wir können. Stufenaufstieg. Arkan. Ich glaube, 13 war es. Man braucht 13 oder so. Holen wir uns das noch. Das befindet sich... Die Kommunionskirsche ist irgendwo hier, glaube ich. Wer hat mich denn da wieder angepingt? Ach. Okay, Christus. Sie wollte noch was über die Flut wissen. Da wollte ich ein bisschen Antworten geben. Mich ein bisschen ausfragen lassen. Ich habe ja inzwischen zwei Interviews gegeben. Berufsintern. An die Kommunikationsabteilung meiner Firma. Und ein bisschen mit denen geredet. Das kam dann intern in der App. So als Nachricht zum Lesen. Das war einmal nach der Flut. Und einmal ein Jahr später dann. So, wo wollen wir denn hin? Die Kirche ist da hinten, glaube ich. Ups, ich habe mich verdrückt. Ich habe vergessen, wie man reitet. Das ist ja auch in jedem Spiel anders. In Final Fantasy XV reitet man ja, indem man R2 drückt und dann laufen die Chukopos schneller. Ah, hier ist Kreis. Okay. Und wenn man keinen Chukopo reitet, dann drückt man einfach den linken Analogstick rein, damit man rennt. Das kann man aber nicht machen, wenn man einen Chukopo reitet. Und das ändert sich dadurch. Und das macht einen irre. Das macht mich irre. So, hier haben wir die Kirche der Drachenkommunion. Hier läuft doch irgendwo ein kopfloser Soldat rum, da hinten. So, dem wollte ich aus dem Weg gehen. Kathedrale der Drachenkommunion. So. Verlorene Gnade entdeckt. Der dürfte inzwischen weg sein, der Kopflose. Ah. So. Ritual der Kommunion. Fauliger Atem, den könnten wir jetzt schon holen. Arkan 12 braucht er. Ja. Aber ich glaube doch, man kann doch noch den fauligen Drachen hier besiegen. Den Verrottenen. Und dann bekommen wir seine Version des Verrottenen Atems. Ah. Jetzt hat er mich gesehen. Der ist gar nicht kopflos. Ich habe mich falsch erinnert. Oh, der lässt sich nicht staggern. Ah, der hat so ein blödes Windschild. So ein Nervding. Okay. Immer schön Angriff triggern von dem. Ah. Wecksack. Der ist ein Drachenritter. Ja. Block das. Block dies. Ich gucke mal, ob der Drache überhaupt noch existiert. Und dann mache ich den einfach mit dem Schwert. Ups. Uh, da ist er. Habe ihn gefunden. Kann ich auch gerade irgendwo speichern. Wäre nicht speichern. Einen Rücksetzpunkt nehmen. Um meinen Estus wieder aufzufüllen, den ich gerade verbraucht habe. Den einen. Der ist wichtig. Ich gehe nicht mit einem Estus weniger gegen den Drachen. Exikis. Heißt der Drache. Nach der Flut ist vor der Flut. Sag sowas nicht, Till. Ansonsten kommst du her und mach's sauber. So, ich hänge, glaube ich, auch reitend um ihn herum und kann ihn dann ab und zu so ein bisschen hauen. Ich kann aber auch die Wölfe rufen. Können die Wölfe den ein bisschen ärgern? Das wird nix. So wird das nix. Okay. Ey, die Hand konnte ich schon mal. Cool. Oh. Der ist halt schon halb verrottet. Der verbreitet Rot. Tja. Gib mir ne Pranke zum Draufhauen. Au. Du hast mein Pferd verletzt. Ach, den könnte man natürlich auch mit dem Feuer platt machen, ne? Wie erinnert euch? Wenn ich ein Deutsch mit dem Feuer versehe, wäre der natürlich sofort erledigt. So, das Pferd ist hier sehr wichtig für den Nebel, um ihm auszuweichen. Woher hängt der denn jetzt? Hallo? 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 Der respawnt einfach. Der hängt einfach mal in der Umgebung fest und respawnt. Könnt ich... Kannst du bitte mal den Kopf ein bisschen runter machen? Ich würde ihm natürlich auch gerne... Oh, der wollte mit dem Schwanz. So. Ich würde ihm ja gerne einfach mit dem Laserstrahl eins vor... ...es Gesicht hauen. So. Versuch's halt, ne? Versuch's. Haha. Ich bin da im anderen Fuß. Will er jetzt einen dicken Nebel... ...in die falsche Richtung, oder? Oder geht das noch nach hinten? Egal, ich reihe erst mal weg. Ah! Hat es das Abendpferd erwischt? Es hat mich erwischt. Okay. Ja gut. Ach schade, er hat den Kopf gehoben. Ich wollte ihm jetzt voll auf den Kopf drauf. Hehehe. Ah! Jetzt hat er mein Pferd wieder erwischt. Okay. Episches Wegreiten vor dem Gift. Auf die Finger geklopft. Hehehe. 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 Oh, er holt den Schwanz aus. Ah! Er fährt weg. Ich frage mich halt, ob es was bringen würde, die Wölfe zu rufen. Er würde die wahrscheinlich sehr schnell platt machen. Vielleicht könnt ihr den so lange ablenken, dass ich den mit dem Laserstrahl weghauen kann. Wegwämsen. Oder vielleicht mit dem Feuer. Vielleicht mag er auch kein Feuer. Ich meine, er verrottet. Er hat keine Schuppen, ne? Die Schuppen sind weggefault. Okay, jetzt schnell weg. War ganz schnell weg. Schnell ein paar Schläge verteilt. Kann ich das vom Pferd aus? Ja, ne? Ja, ne? Vom Pferd aus die Wölfe rufen? Ja, ne? Vom Pferd aus die Wölfe rufen? Es tut mir leid. Das nennt man... Es kann Stunden dauern. Das nennt man Content. Ich als Content Creator lege Wert darauf, stundenlang Content zu kreieren. Gut. Versuchen wir was anderes. Aha. Erstmal lassen wir unser Pferd kaputt schlagen. So. Dann laden wir unsere Magie wieder auf. Lass nicht meine armen Hündchen verrotten hier. Sofort. Super. Super, super, super. So. Okay. Hunde weg. Hunde Instakill. Jetzt muss ich jetzt mal hinlaufen, ne? Das dauert natürlich. Ah nein. Und er respawnt. Und schüttelt erstmal so die Fäule von sich runter. Oh, das war knapp. So. Na, ist das ein bisschen aufregender für euch? Okay. Okay. Geht halt auch mit dem Deutsch, ne? Wenn wir uns nen Deutsch holen. Und dann die Flamme der Rotmähne drauflegen. Dann haben wir den halt, ne? Dann machen wir den sofort platt. Wenn's jetzt nicht klappt, machen wir das mal mit dem Deutsch. Kann man eigentlich diese Kriegsaschen auch wieder runterholen von Waffen? Weil ich hätte dann doch gern irgendwann einen anderen Deutsch an der Stelle. Weil es gibt noch einen besseren Deutsch, der einfach mehr Schaden macht. Der macht mehr Sinn damit. Sollen wir mal Magie auffüllen. Hab ich eigentlich diesen O'Neill erledigt beim letzten Mal? Oder nicht? Hab ich den? Der Gaul kämpft besser. Du Süchtiger. Okay. Jetzt sind meine Seelen, meine Echos weg. Da sind die doch. Ähm. Gut. Versuchen wir was anderes. Besitze ich überhaupt schon ein Deutsch? Ausrüstung. Mal gucken. Panzerbrecher. Erdenstahl-Dolch, der ist doch nett. Das ist doch ein netter Dolch. Leute, ich hoffe, er ist nie weg, sagt Randale-Tim. Sag sowas nicht. Wenn du dreimal seinen Namen sagst, dann ist er plötzlich im Chat. Also kann man die Kriegsaschen wieder von den Waffen runterholen? Weiß das jemand? Kann man mir das sagen? Wisst ihr das? Da fällt mir jetzt ein, der Dolch müsste auch gestärkt werden. Ah, Mann. Okay. Ich habe euch für tot gehalten. Zeigt mal eure Waffen. Kriegsasche. Moment. Kriegsasche duplizieren. Kann ich das? Flamme der Rotmähne. Kann ich die duplizieren? Die ist nämlich OP. Die will man öfters haben. So. Erdenstahl-Dolch. Ja, zweimal. Cool. Feurig oder Standard? Feurig, oder? Ist Arkan, ne? Arkan will ich nicht höher machen. Wenn wir auf Standard, so. Waffe verstärken. Puh. Hallo, willkommen zu Game Trailers auf Deutschland. Ich heiße Schlofer. Heute haben wir die internationale News. First up. The Last Guardian ist obviously cancelled. Es tut mir leid. Back already. No matter. Back already. Waffe verstärken. Schmiedestein 2. Fehlen mir zwei Stück. Mal gucken, ob wir die noch bekommen. Das ist wichtig, weil das wird die Waffe dann sein, mit der wir ihn critten. Obwohl, wäre es nicht besser, das Schwert hier zu benutzen? Ich weiß es nicht. Müssen wir ausprobieren. Besitze ich schon Schmiedesteine 4? Aber nicht 2? Ich habe keine Schmiedesteine 2. Wieso habe ich 3 und 4? Okay. Warum habe ich eine Fackel? So viele Warums. Okay. Versuchen wir es erstmal so. Bevor wir uns einen Schmiedestein 2 noch extra holen. Also bevor wir in eine Höhle gehen, uns die Schmiedestein-Klangperle holen. Versuchen wir es doch erstmal so. Weckt nicht den Schläfer. Last Guardian kam noch. Okay. Der Name wurde dreimal gepostet. An der Kasse bei Aldi. Eins gegen eins. Muss ich dir dann nicht an Yu-Gi-Oh! Decklein? Also wir testen mal. Nein. Ah Mist, das muss die rechtsgeführte Waffe sein. Schade. Der muss die rechtsgeführte Waffe sein. Ja. Funktioniert. Dann müssen wir leider auch persönlich gegen ihn kämpfen. Jetzt hätte ich fast was vergessen. Und zwar... ein bisschen FP zurückholen. So. Ah, es funktioniert nicht. Oh. Das kann nicht sein. Ich habe viele Drachen so getötet. Schon ganz viele. Okay, wir nehmen uns jetzt ein Bein. Wir nehmen uns ein Bein und machen Dauerfeuer aufs Bein. Dann treffe ich ihn viel häufiger und viel schneller nacheinander. Sonst müssen wir es noch stärker machen. Ey, er hat seinen Flügel drauf, ne? Drecksack. Hat der da seinen Flügel drauf? Ah. Okay. Schnell weg. Schon wieder gewone-hitted. Ich muss aber, glaube ich, an seinem Kopf bleiben, weil ansonsten kann ich ihn ja nicht critten. Du musst den Drachen one-hitten. Natürlich muss ich ihn one-hitten. Feuer in sein Gesicht. So. Kannst du mal deinen Kopf stillhalten? Ah, sofort gekillt. Hier, es funktioniert bei ihm nicht. Komm, man kann Bosse damit... Äh, nicht one-hitten. Man kann Bosse damit kaputt machen, aber ihn nicht. Ätzend. Das wollen wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Oder ich nehm gleich die Wölfe noch mal mit. Klingling. So. So. Ach, komm. Sobald er einmal das Ding macht, bin ich weg. Zu Fuß ist das echt schwer. Da war ich mit dem Schwert aber besser. Bobitanium, da muss man auch experimentieren, damit das Spiel einfacher wird. Ich experimentiere ja. Das werden sie wahrscheinlich genervt haben, den Bild. Aber bei Bossen klappt's halt immer noch. Deswegen ging ich davon aus, dass sie das nicht so stark genervt haben. Ich bin halt aber auch generell gegen, ähm, gegen das Nerven von... von Solo-Content. Wenn man das nicht macht. Äh, echt, ne? Das funktioniert nicht. Das ist schon krass. Oh, und go on, hit it. Okay, jetzt nehmen wir uns das Schwert und zerhackstückeln ihn. Dann nicht. Sparen wir uns den Deutsch für später auf. Bei Bossen zum Beispiel. Das ist ja übel. So. Das erhöht die Ausdauer. Was kann ich denn sonst gebrauchen? Lammen. Resistenz gegen körperlich. Das ist ja nicht mein Problem. ähm, maximal FP erhöhen. Hm. Verringert Kopfschüsse. So, da ich eh in One-Hit bin, kann ich ja auch das weiter anlassen, oder? Oder hier, Ausdauer-Regeneration? Nehmen wir das. Kann man den bluten lassen? Das wäre natürlich eine Idee. Puh, können wir den bluten lassen? Jetzt müssten wir aber an den Fuß ran. Ah, wo genau? Ist eigentlich... Ne. Okay. Hat sich erledigt. Damit sind die weg. Ach, da hinten wären die gewesen. Guck mal. Die Seelen waren hinter ihm. Okay. Erstmal Go One-Hit it. Hebe ich meine Nullseelen auf. So. Okay. Au. Go One-Hit it. Hör auf, dich zu bewegen. Ich versuch's mir ja nur einfacher zu machen, ne? Wir hätten den auch mit dem Schwert geschafft. Ich will nur gucken, ob man den irgendwie austricksen kann. weg, 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 weg. Ne, komm ich nicht ran. Hör auf zu Pferde. Auf zu Pferde. Ah. Was hat mich jetzt erwischt? Komm, scheiß drauf. Ich hol das Schwert. Ah, der Lucifer. Hi. Guten Abend, Lucifer. Da kommt er den Bob ärgern. Wieso hab ich den Magie ausgerüstet? Okay. Die gute alte Methode. So. Irgendwas anvisieren ist besser. Ja, mach ruhig ein bisschen. Mach ein bisschen Gift. Gut. Uh, nicht so lange vorne bleiben. Ich bin hängen geblieben an der Steinmauer. Das ist schlecht. Ah. Was? Hat der mich jetzt direkt erwischt? Sonst erwischt er immer gern das Pferdchen. Den kriegen wir heute noch klein. Was muss ich eingeben? Ich hab auch vergessen, wie meine Befehle funktionieren. Ihr benutzt ja auch meine Befehle gar nicht mehr, ne? Außer jetzt Schlufe ein paar Mal. Aber es gibt ja sehr viele Befehle, die ich habe. Und auch Minispiele, die ich einprogrammiert habe. Selbst geschrieben habe sogar. Ups. Puh. Okay. Ich will einfach mal durch seinen Flügel durch. Ich wollte ja auch nur seinen rottigen Nebel haben, ne? Huh. Ja gut. Da kam er mal mit Ankündigung, ne? Der Angriff gerade. Huh. Knapp. Ah, ha, 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 ha. Huhu, huhu, huhu. Das war seltsam gerade. Das ist wieder so ein Rundumgekotze, ne? Ja. Oh, guck mal, null Seelen. Mach du. Mach du. Mach du. Hohoho. Ah, knapp, 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 knapp. Hat er mich doch fast gebissen. Gut. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. Eh, schlecht, schlecht. Eher schlecht. Eher schlecht als gut. So. So. Dann ein bisschen auf die Finger klopfen. Und weg. Weit weg reiten. Ich glaube, der despawnt gleich wieder, oder? Wenn er so weit weg geht. Ne, geht noch. So, er ist ein bisschen auf Abstand. Der schwingt. Mit seinem Schweife. Ah, besser ausweichen. Ah, nein. Das war so knapp. Ich hätte weg reiten müssen und nicht hin reiten. Ah. Das sind die Katzen am Hüpfen. Ich habe die Katzen schon gefüttert. Und das war so knapp. Ne, so knapp. Es war so knapp. Na, jetzt macht er schon hier präventiv mit seinem Fuß. Ah, wieder dasselbe. Dasselbe. Ich bin hingeritten, ist schon weggeritten. Ach, ärgerlich. Ach, ärgerlich. So. Wie viel hatte das Feuer noch mal Schaden gemacht? Und wenn wir den Laserstrahl benutzen? Ich hätte schon gern seinen giftigen Atem. Ich hätte schon gern seinen giftigen Atem. Weg reiten. Seht ihr? Weg reiten, nicht hin reiten. Ich rufe trotzdem mal gerade zur Ablenkung meine Wölfchen. Ja, die werden nicht lange halten. Ja. Okay. Einer noch. Einer noch. Ach komm, jetzt ist er aber hier. Jetzt fliegt er nur noch rum. Gut, jetzt hat er den auch erledigt. Einfach mal die größte AOE-Attacke, die er im Petto hat. So. Einfach mal kurz angezündet und weggeritten. So macht man das. Knapp. Ihr wisst ja, der Atem ist für mich ein One-Hit. Habt ihr noch ein Feuerchen anbekommen? Nein, 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 nein. Aber das geht doch gut. Weg, weg reiten, weg reiten. Nicht hin reiten, weg reiten. So. So. Ah, da fliegt er wieder. Okay, jetzt ist wieder der Angriff. Ah, okay. Ein Peitschenhieb war das. Gut, gut. Das Schwere ist schon geil, ne? So, ich meine, wir spielen ja immerhin Easy Souls, ne? Er hat sich eben noch beschwert. Bobitanium. Gut, jetzt kommt natürlich diese AOE, die alles trifft. Weg vom Kopf, weg vom Kopf. Gut, geschafft. Zack. Bobitanium, wer lacht zuletzt? Ja, hier, ja. Ich. 38.000. So. Neuer Aufruf bei der Drachenkommunion verfügbar. Hi, Saito. Ich hab mich jetzt verlaufen. Guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ich habe gerade einen mächtigen Kampf beendet, den ich so lange geführt habe. So, der geht schön da hinten hin. Jetzt schauen wir mal gerade nach. Ja, er guckt nicht. Hier. 15 braucht er, okay. Den nehmen wir uns. Hat sie gerade ein Herz gegessen? Hat sie jetzt eigentlich Drachenaugen? Ups, wir brauchen Arcan 15 sogar dafür. Stufenaufstieg. Gut. Jetzt habe ich nicht genug Runen, um auf nicht mal um auf 14 zu kommen, geschweige denn 15. So, wo können wir denn jetzt noch die Schmiedesteine bekommen? Hätte ich noch gerne. Zwei und... Äh, eins und zwei. Schmiedesteine, eins und zwei. Dann können wir gerade einmal aufleveln, holen uns die Schmiedesteine und danach geht's zu Margit. Okay, so. So, wir haben 13.600. Knapp zu wenig. So, wir können es einfach mal teleportieren. Lucifer hat Bob zum Verzweifeln gebracht. Nicht schlecht. Elden Ring, Spiel des Jahres 2022. Ja, aber ich habe die meiste Zeit Master Duel gespielt. Sagen wir mal ehrlich, die meiste Zeit habe ich Master Duel gespielt. Ohne euch natürlich. Nein, meine Leiche. Worte, die man eigentlich nicht hört. Nein, meine Leiche. Ah, zu blöd. So, Leute. Welche Höhle hat die Schmiedesteine? Ah, so. Die Schmiedesteine. Die Klangperle für die Schmiedesteine meine ich. Eins und zwei. Ups. Schon wieder X gedrückt. Stufenaufstieg auf 14. Fehlt nur noch eine Stufe. Ist das denn irgendwo hier zum Beispiel? Hier. Könnte das hier sein? Hier bei so einer ganz simplen Starthöhle. Ich meine, hier war auch noch eine Höhle. Hier ist eine Höhle. War ich denn bei Jura mit seinem Riesenschwert? Habe ich das Jura-Schwert schon? Mal gucken. Mondschleier, Meteorklinge. Nagakiba. Ist das das Riesenschwert? Kann ich gar nicht benutzen. Genau, von Jura. Jäger der blutigen Finger. Benötigt. Stärke 18, geschickt 22. Noch nicht. Gut. Aber ich besitze es schon mal. Ah! Ich habe gerade mein Schwert weggeworfen. Das Ushigatana. So. Du hattest in einer Runde 16.000 Angriff. Esa muss gehen. Okay. Gute Nacht, Esa. Hau rein. So. Soll ich dann mal nachsehen? Ich gehe mal in die Höhle gucken, ob wir da die Klangperle bekommen. Dann kann ich den Dolch was verstärken. Und dann gehen wir zu Margit. Und ich schwöre euch, bei Margit klappt das. Den Margit, den kann man damit ordentlich den Tag versalzen. den kriegen wir so klein. Und bis zum großen Boss in Sturmschleier haben wir dann auch den rottigen Nebel. Ich muss hier nach rechts, ne? Gibt es hier nicht auch einen Drachen? Haben wir den schon? Haben wir den schon gemacht? Schon wieder eine Krabbe. Schnell weg. Ah, hier. So kann man ganz viele Runen mit der Zeit einsammeln, weil man immer wieder drüber reitet. Gott, ist das dunkel. Ihr müsst auch dran denken, ich habe hier zwei Lampen stehen, ne? Ich habe auch heute überlegt, ich kann dieses Setup in OBS auch einfach benutzen, wenn ich noch zwei Extra-Lampen aufstelle und kann so einen Vlog aufnehmen. Ganz einfach. Im Sitzen, ohne Nachbearbeitung, im Greenscreen, in guter Qualität. Gnade berühren. Ach, Dreieck, nicht X. Ich spiele... Ja. Ich spiele die ganze Zeit Final Fantasy XV und da ist natürlich X der Sprungknopf und auch die Bestätigungstaste zum Einsammeln. Das haben sie ja hier besser gemacht, indem es hier Dreieck ist. Aber bei Final Fantasy XV springt man andauert, wenn man Items einsammeln will. Weil diese Kollisionsabfrage nicht richtig ist mit dem X, mit dem Einsammeln. Ich hasse es. So. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Schmiedesteine zum Einsammeln. Nein. Cool. One Hit. Das sind bereits One Hits. Der hat wieder Material. Deswegen hasst Bob mein Deck. Ja, Bob. Ne? Bob Itanium. Ihr kennt natürlich jetzt nicht alle die Vorgeschichte zwischen Lucifer und Bob Itanium oder zwischen mir und Bob Itanium und Yu-Gi-Oh! Er wollte, dass ich aufhöre, Yu-Gi-Oh! zu spielen. Und ich habe wirklich auch während der Flut die ganze Zeit Yu-Gi-Oh! gespielt. Weil die Switch war das einzige Gerät, was ich betreiben konnte mit Solarstrom. Und als der Master Duel rauskam, habe ich mich sehr gefreut und habe das dann erst mal lange Zeit gespielt. Wirklich richtig lange gespielt. Und Bob wollte, dass ich aufhöre und hat einfach mal schnell gelernt, Yu-Gi-Oh! zu spielen und sich direkt ein Metadeck zusammengestellt. Ein Metadeck bedeutet, das Deck ist einfach mal turnierfähig. Und das hat er sich einfach im Master Duel kostenlos zusammengestellt. So. Und dann hat er mich herausgefordert und natürlich habe ich ihm erst mal mit meinen leichteren Decks bereits besiegt bekommen, weil einfach ein Metadeck zu haben, reicht nicht. Man muss lernen, das Metadeck auch zu benutzen. Und natürlich musste er auch lernen, meine Decks vorherzusehen, wie sie funktionieren. So, er hat schnell dazugelernt und wurde immer schwerer und schwerer. Da ich selber gar kein Metadeck benutze, war es nur eine Frage der Zeit, bis er mich dann irgendwann sehr oft fertig machen konnte. Und dann kommt Lucifer, den wir kennengelernt haben, bastelt sich auch ein schönes Metadeck zusammen und ärgert damit. Weil nämlich, auch wenn Metadecks gut sind, haben die auch immer eine Schwachstelle. Das heißt, wenn Bobitanium das Deck auf mich auslegt, kann er es nicht gleichzeitig auf Lucifer auslegen, wenn Lucifer natürlich ein Konterdeck kreiert. Jetzt habe ich aber schon seit Wochen nicht mehr gespielt. Ich habe aber das Spiel überhaupt nicht mehr angemacht, die ganze Zeit. immer sehr viel im Haushalt zu tun. Anja war auf Reisen. Dann wurde ich immer schnell müde. Es wurde früher dunkel. Ach, sind ja One-Hits. Egal. Zack, weg mit dir. Jetzt ist hier auch noch ein Weg nach unten. Ich habe den anderen ja noch gar nicht vollständig durch. Den anderen Weg. Aber hier ist ein Boss. Ist das ein Bonus-Boss oder der reguläre Boss? Können wir da durchgucken? Sehen wir, was dahinter ist? Nee, ne? Egal, komm. Ach, ich hätte mich heilen müssen. Zumindest mal heilen müssen. Ah, ein Riese. Cool. Sehr cool. Der Riese. Ah, guckt mal, die ärgern den. Ah, der ärgert mich. Ich heile mich direkt wieder. Ich glaube, ich habe den in einem Video mal ganz einfach so platt gemacht, ne? Mit diesen Hagelsteinen da. Mit den Meteoriten. Kann man machen. Zack. Oder. Ne? Oder. Ich stelle mich gerade auch blöde an, ne? Ich könnte einfach hingehen und... Komm, der ist weg. Okay, Medaillon des Brüllens. Gibt auch nur 1800 dafür. Ne. Absolut falsch. Was bringt mir der reguläre Weg? Ich wollte doch nur die Klangperle haben. So, Moment. Kann ich noch einen Befehl eingeben? Haben wir hier den Salty-Chat? Haben wir nicht? Habe ich kein Salt? Habe ich hier Salt? Slops. Stream Start? Nein. Zurück. Hier ist auch kein Salt. Merkwürdig. Zurück. Game 2. Barrel, Boss, Schlufe, Jill Sandwich. Salty. Ich salze den Chat. Geht. Okay. Tunnel von Limgrave. Fällt mir auf, die YouTube-Befehle funktionieren wieder nicht. Gehen wir mal ins Stream Deck rein. Bestätigen mal einen. Ich gebe wieder die Berechtigung zu meinem Account. So, angemeldet. Ups, Moment. Habe ich vorher zugemacht. Ah. So. So. Ja. Jetzt geht die Seite wieder auf. Account wechseln. Zulassen. Ich habe die Bestätigung vergessen. Dankeschön. Stream Deck ist nun berechtigt. Und. Das war zu nah. Du warst fast ein Jill Sandwich. Du bist richtig. Du bist richtig. Ihr wisst ja, ich habe während meiner Vlogs, habe ich ja gerne mal die Resident Evil Safe Room Musik an. Ihr wisst ja, ich habe sehr viel Resident Evil gespielt. Ich habe das gespeedrunt, aber ich habe kein Licht an. Haben wir uns nicht geheilt? Ich habe keine Magie mehr. Ach so, ja. Wir kamen aus dem Bosskampf. Okay, okay. Ich dachte, ich wäre gestorben. Nee, ich habe ja gewonnen. Das wird ja auch selten. Ich habe ja sehr viel Resident Evil gespielt. Ich hatte ja auch das Capcom Büro. Das benutze ich übrigens nicht mehr. Das Foto von dem Capcom Büro, weil hieran jetzt, an dem neuen Hintergrund, habe ich die Rechte. Das ist mein Hintergrund. Ich dachte mir, warum nehme ich nicht was, wo ich die Rechte dran habe? Ich habe ja die Fotorechte gar nicht gehabt an dem Hintergrund. Ich meine, da kann ich natürlich sagen, hier mein Fair Use. Ich habe es ja nicht blank benutzt, sondern ich habe es ja weiterhin bearbeitet. Ich habe daraus ja meinen persönlichen Raum gemacht und so und viel noch drumherum. Aber ich dachte mir, ich nehme einfach ein Foto, woran ich die Rechte habe. Hier war was, ne? War hier irgendwas Gutes versteckt oder war das ein anderes? Eine andere Höhle, wo was Gutes versteckt mal war. Ah, jetzt hör mal auf! Nein! Warte mal, ich habe gesagt, hör auf. Hör auf. So. Du hast eine Karte, die sein Zeus als Material verwenden kann. Wie geil ist das denn? Hast du, wie hieß das nochmal, Cyber Drache Unendlichkeit? Liebe Cyber Drache Unendlichkeit. Gehört zu meinen Lieblingskarten. Habe ich auch in echt, ne? Ich habe das Cyber Drachendeck auch so in echt. Also zumindest Cyber Drache Unendlichkeit. Ich habe auch die Structure Deck dreimal. Habe ich eigentlich daraus ein Deck gemacht oder habe ich die Structure Decks immer noch rumstehen? Ich habe die Kristallbestien hier noch rumstehen als Structure Decks. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Habe ich das nicht betätigt? So. Ich finde es mit der Zeit ein bisschen unbequem, mich so nach vorne zum Richtung Mikro zu beugen. Muss ich sagen. So, wir kamen nicht so weit, ne? Da waren wir. So, wo kam denn hier der Extra Hund her? Der Bonus Hund. Da ist er. Der Bonus Hund. Jetzt kommen beide. Hunde sind kacke. Ah. Brüder Hund. Ihr habt Silvester verdient. Ihr Hunde. So. Ich höre von vielen Leuten, dass Hunde an Silvester sehr gestresst waren. Ging denen gar nicht gut. Ich habe einen Tipp bekommen für die Katzen. Den Katzen Musik anmachen und ein gutes Fresschen. Soll helfen. Ich weiß jetzt nicht, wie gestresst die waren. Ich meine, die sind schon rumgelaufen, ne? Anja meinte, die waren nachher nicht so gestresst. Aber als wir die Kinder aufgeweckt haben, dann sind die schon ein bisschen rumgelaufen. Ein bisschen im Panikmodus. Ah, ein Numeron-Mech-Eltlich-Deck. Oh Gott, nein, Eltlich. Ich kann das ja eigentlich nicht gut heißen, ne? Aber ich meine, es ist gegen Bobitanium. Aber es ist Eltlich, ne? Weil wir sollten nicht die ganze Zeit nur von Yu-Gi-Oh! reden, wenn wir hier Heldenring spielen. Während ich hier meinen Easy-Guide mache. So. Weil mir dann ständig hier rumgelästert, warum ich meinem Easy-Guide ständig sterbe. So. Weil Hunde blöd sind, deswegen. So kommen wir wieder auf Silvester. Okay. Alle ausgeschaltet. Was haben wir hier? Schmiedestein 1. Also gibt es hier auch gar keine Schmiedesteine, ne? Also keine Klangperle. Das ist eine Sackgasse. Das ist einfach nur ein geiler Stein hinter. Schade. Gut. Dann bringt sowieso nichts. Wo waren denn die Schmiedesteine 1 und 2? Waren die, äh, weiter oben? Im Sumpfgebiet? Rhea Lucaria? Ihr dürft euch auch beteiligen. Rhea Lucaria? Der hat mich gar nicht bemerkt. Dann weiter. Ich gucke einfach mal nach. Ich meine, Schmiedesteine 3 und 4, die waren ja oben, oberhalb vom Aufzug. Also schon ein ganz, ganzes Stück weit weg. Ich habe vergessen, wie der Sumpf sonst noch heißt. Also es ist die Akademie von Rhea Lucaria. Aber wie hieß der Sumpf? Beziehungsweise das stille Gewässer? Hier. Ne, da. Hier. Da. Hier. Hier, da. Da, hier. Da will ich hin. Kann ich das markieren oder? Das ist, glaube ich, nicht gut, ne? Testosturm. Testosteronturm. Gehen wir da jetzt hin. Genau die falsche Richtung. Wir müssen... Was ist da lang? Auf der anderen Seite der Brücke? Okay. Okay. Ich weiß Bescheid. War hier nicht auch irgendwo ein Drache? Ich schwöre euch, die kleineren Drachen kann man alle mit der Rotmähne killen. Ganz einfach. Und ihr müsst bedenken, ich habe noch keinen Storyboss gemacht. Wenn ich jetzt sage, Easy Souls. Es wird Easy Souls, wenn wir gegen die Storybosse vorgehen. Das machen wir nachher als großes Finale vielleicht. Vielleicht spiele ich noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell wir jetzt an die Schmiedesteine rankommen. Ja, so ziemlich dahinter. Den brauchen wir noch nicht. Dann machen wir gleich Margit. Ich habe ja für meine Aufnahmen vorher einen Save gemacht. So einen Online-Save. Und habe den einfach mehrfach besiegt. Auf verschiedene Art und Weise. Jetzt muss ich mir gleich aussuchen. Habe ich gleich die Qual der Wahl, wie wir Margit kaputt machen. Nehmen wir das Schwert von Nacht und Flammen. Nehmen wir Rotmähne. Oder war was, ne? Da konnte man abspringen. Da konnte man selbstverständlich abspringen. Aber ich glaube, da war nur so blauer Kristall. Ich habe hier so viel noch verdeckt gelassen, ne? So viel noch gar nicht hier erkundet. Gut. Dunkelschmiedestein 2. Hätte ich bestimmt mal gebrauchen können für irgendwas. Die Höhlen kommen mir natürlich alle total bekannt vor. Aber ich weiß nie, wo was drin war. Ah, das ist die Hüpfpassage. Oh, ich hasse sie. Hier. An der Stelle. Wo man da lang hüpfen muss. Äh, was war das denn jetzt? Okay, das ist eine längere Höhle. Ich erinnere mich. Da kann man hier die Aufzüge freischalten. Und ganz am Ende kann man da nach oben langen. Und da oben liegt irgendwas. Das kann man auch noch einsammeln. So, die Aufzüge muss man aber erstmal aktivieren. Der Weg wird aber erstmal schwer, weil hier sehr viel zu looten rumliegt. Irgendwas bewegt sich hier. Und hier sind ja auch einige Gegner drin. Okay. Der war ein One-Hit. Ah, die lassen sich ja nicht stunnen. Uh. Okay. Direkt die nächsten Gegner. Ha, 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 ha. Ja. Sehr schön. Hat er versucht, mich in meinen I-Frames zu hauen. Oh. Oh, oh, oh. Was war das? Schmiedestein 3. Gut. Wer hat hier gezaubert? Der hockt noch. Der hat nicht gezaubert. Da oben? Ja, da. Da ist einer. Okay. Jetzt habe ich einiges freigeräumt. Ging das da zu den Oktopussen oder war das in einer anderen Höhle? Die sehen ja alle gleich aus, ne? Wo ist Puss? Oktopus? Schmiedestein 3? Nein. Keine Oktopushöhle? Gut. Ach ja, da war noch Kristall. Ein Material. Daraus macht man, glaube ich, diese kleinen Kristalldolche. Mit denen kann man dann Steinbosse kontrollieren. Wieder so eine geheime Sache, die man nicht einfach so rausfindet. Man kann die mit Kristall unter Kontrolle bringen. Da ist wieder ein Bonusweg gewesen. Ich weiß nicht, ob der erstrebenswert ist. Wir wollen ja die extra Aufzüge freischalten. Hier. Ah, ja. Ja. Der hat ein tolles Erz da rumliegen. Wie ihr seht. Schmiedestein 2. Davon brauchten wir ja 2. Jetzt müssen wir uns hier schnell rüber schleichen. Der darf uns nicht sehen. Sonst ballert der uns vom Holzpflock runter. Ja. Hier der nächste. Und dann aktivieren wir den Aufzug. So. Wir gehen aber nicht mit hoch. Weil das reizt mich schon. Was war denn da hinten im Aufzug drin? Der hat wieder ein tolles Erz. Das sind diese goldenen hier. Diese gelb-goldenen. Das sind die Schmiedesteine. Da würde es weitergehen. Aber. Ja. Nicht stürzen. Wir gucken nochmal beim Aufzug. Ich bin beim Aufzug natürlich auch schon. Sehr oft, wenn ich da versuche, nachher ganz runter zu kommen, sterbe ich dann dabei. Also hier die Stufen wieder runterspringen. Oh. Ne, hier war es nicht. Dann war das bestimmt hier hinten links. Ja. Und hat es sich gelohnt? Hä? Ist das? Ah, hier. Natürlich. Dunkelschmiedestein 2. Hat sich ein bisschen gelohnt. Irgendeine einzigartige Waffe kann man damit auf Stufe 2 hochschmieden. Ah, bei sowas. Bei sowas sterbe ich dann aus Versehen. Hier müssen wir lang. Man kann auch mal zu weit springen. Dann von der Wand abrutschen und so. Gut. Machen wir jetzt ungehindert weiter. Fünf Estos habe ich noch. Das ist gut. Volle Konzentration. Da habe ich was übersehen. Bin ich voll dran vorbei. Schmiedestein 3. Ach. Das ist die Höhle. Das ist die Höhle. Okay. Kann ich die mit Feuer runterholen? Ah, Mist. Die sind einfach arschgefährlich. Wah. Da hängt nämlich noch ein zweiter. Die kommen dann beide runter. So. Gut. Wenn das die einzigen wären. So. War noch hier einer drin? Ich glaube hier oben, ne? Oder so. Nee? Nee? Ist da keiner? Diese Höhle hier war sehr gemein. Da kommen die plötzlich von hinten einfach an. Schmiedestein Stufe 2. Gut. Oder ist das eine andere Höhle, mit der ich die hier verwechsle, wo noch mehr von denen drin waren? Da sind keine. Da sind auch keine. Aber hier ist doch noch eine oben, oder? Ja, hier. Da. Ganz übel. Ich kann hier wahrscheinlich aber auf Distanz. Ach. Ich habe keinen Bogen ausgerüstet. Ups. Ja gut. Wenn alle drei treffen, sind die natürlich weg, ne? Au. Nicht ganz. Ja, dann komm du her. Der eine kann ja, ne? Einer mit einem kann ich sie aufnehmen. So. Und jetzt gehe ich nämlich da hin. Und dann kommt der nämlich runter. Geschafft. Kristallmesser. Sehr schön. Ich sehe schon gleich, habe ich so viele Seelen, dass ich dann doch lieber wieder aufleveln gehe. Oh, es geht noch weiter. Ja, hier waren ganz viele Rohstoffe. Deswegen erinnere ich mich noch so gut an die Stelle. Weil ich hier ganz oft wieder runtergelaufen bin, um noch mehr Rohstoffe einzusammeln. Uah. Nein. Ihr wollt euch nicht am Ende dieses Stabes befinden. Uh. Und der mit seinem Zauber fertig ist. Also mit dieser Ram-Attacke. Uh. Okay. Dann mache ich jetzt mal einen Zauber. Hahaha. Geil. Hat der, hat der? Der hat nicht überlebt, ne? Cool. Einfach mal hier ganz viele Schmiedesteine, ne? Ich lad mal die Magie wieder auf. So viele Extra-Räume hier. War die Lampe an? Die Lampe ist an. Ist zu dunkel. Okay. Erde erschüttern. Ich glaube, das ist die Attacke, die ihr gerade gesehen habt. Wo ich meinte, ihr wollt euch nicht am Ende des Stabes befinden. So, da liegt noch Erz. Das wollen wir. So. Schmiedesteine 2. Und Schmiedesteine 3. Dann muss ich doch gar nicht öfters runterlaufen. Ich glaube, wir schlagen uns ganz gut. Ah, 11.000. Ist dann aber auch fast ein Level-Up. Der sollte der Gegner jetzt nicht allzu schwer sein. So hoffentlich. Ah, da war was. Da ist der Boss. Okay. Und hier ist noch ein Dings. Hier. Dunkelschmiedestein 1. Wie konnte ich denn hier mein Schwert so verbessern, ohne die ganzen Schmiedesteine? Wie hoch ist das eigentlich? Auf plus 6. Das Schwert hier ist auf plus 6. Und ich habe die ganzen geilen Schmiedesteine gar nicht. Da ist noch einer. So, hier wollen wir jetzt nicht ganz dumm sterben, oder? Ja. Es wird nur immer spannender. Jetzt habe ich so viele Seelen bei mir. Und da kommt ein Boss. Und ich weiß jetzt nicht, welcher. Okay. Wir durchqueren den Nebel. Und rufen, die wir... Ja. Wie oft mir das noch passiert. Rein da. Ah, okay. Ein Chakra-Mensch. Ein Kristallianer. Ah, zu viel Angst. Ich habe mich nicht reingeheilt. Reinheilen. Wir wollen den am besten von hinten erwischen. Ja, es geht natürlich so gut. Wollt ihn schön von hinten erwischen. Aber der lässt mich ja nicht. So. Hat er das überhaupt getroffen? Okay. Jetzt hätte ich natürlich die Zeit nutzen können, um ihn zu schlagen. Aber... Ah, er wollte mich ja nicht. So. Der muss brechen. Woher macht man dem kaum Schaden? Wenn man den nicht bricht. Ja. Gebrochen. Gebrochen. Man muss den nur brechen. Dann hat man gewonnen. Zack. Sobald der ein paar Kratzer hat... Gut. Ist seine Verteidigung dahin. Ich mache jetzt nicht die nervige Hüpfpassage für den einen Stein, der da rumliegt oder so. 14.000 haben wir. Dann können wir vielleicht aufleveln und sind dann auch vollkommen bereit für Margit. Dann kann ich aber nichts mehr schmieden. Dann fehlen mir nämlich die Runen zum Schmieden. Ups. Nein. Stufenaufstieg. Selbst dafür reicht es nicht. Okay. Wir schmieden erstmal den Deutsch. Dann zeige ich euch gleich, dass der funktioniert bei Margit. Waffe verstärken. Hier. Wir haben jetzt genug. So, und selbst da könnten wir ja noch weitermachen, ne? Da könnten wir den noch höher bringen. Indem wir einfach Stufe 3 kaufen. Moment. Gucken wir mal. Waffe verstärken. Noch drei Stück. Drei Schmiedesteine. Wir wollen hier Margit sowieso nicht verrotten lassen. Die Klangperle müssen wir noch abgeben. Wunderbar. Kaufen. Jetzt haben wir eins, zwei, drei. So. Dann machen wir das gerade noch einmal. Einmal den Deutsch hoch und dann gehen wir zu Margit. Mit den Wölfen und allem kriegen wir den schon klein. So. Ach, guck mal. Dann geht es direkt zu Schmiedestein 4. Und nochmal. Da hat es sich doch gelohnt. Ja, dann vielleicht doch noch drei Schmiedesteine 4 kaufen. Und dann. Dann haben wir genug. Einmal noch aufleveln. So. Drei Stück. Ich wollte ja eh nicht leveln. Dann geht's. Dann reiten wir nach Schloss Sturmschleier. Waffe verstärken. Dahin. So. Schmiedesteine 5 haben wir nicht. Es geht nicht weiter. Gut. Dann schauen wir nach. Sturmschleier ist hier. Wir müssen dann. Oh, nee, nee, da. Wir müssen hier hoch, da rein. Und hier ist der Kampf. So. Machen wir jetzt. Ist noch irgendwer da. Ich kann ja mal nachgucken. Guckt irgendwer. Chatfrequenz 0. Schreibt keiner. So. Okay. Ihr seid alle eingeschlafen. Das ist am Samstagabend. Und bei mir immer sagen, komm, zockt noch was. Komm. Komm, Gonzo. Komm. Bitte spiel mit mir. Oh, ich hab nicht. Äh, ich brauch das auch noch nicht. Also ich hab den Schlangenhals. Nee, den Schlangenhals. Nee, nee. Nicht den Schlangenhals. Den Schildkrötenhals seht ihr da oben. Unter meiner Ausdauerleiste. Weil ich den Schildkröten-Talisman noch ausgerüstet habe. Oho. Den wollen wir ja noch ändern. Wilde Schläge. Ich glaub, Doppelschlag brauch ich. Hab ich Doppelschlag schon? Ich weiß es nicht mehr. Den macht man mit dem Nagikaba. Nagikaba. Wir sind quasi da. Willkommen zum Bosskampf. Dann würde ich sagen, da wird jetzt diese Assassinen-Himmelsklinge ausgerüstet. So. Um die FP wieder aufzuladen. Und... Und... Der Dolch. Oh, nein. Das ist schlecht. Sollen wir die Magie mal weglassen? Oder hat das hier etwa auch Gewicht? Mal gucken. Nee. Daran liegt's nicht. Irgendwas in meiner Ausrüstung ist uns zu schwer. Wir lassen Magie mal weg. So. Den Zauberstab weg. Jetzt können wir wieder ganz normal. So. Gut. Einmal kurz hinsetzen. Und dann, Leute. Leute. Während wir jetzt. Später am Abend. In der Nacht. Zum Sonntag. Wo alle frei haben. Mir kein Mensch mehr zuguckt. Machen wir jetzt endlich den ersten Story-Kampf. Ihr könnt es euch nachträglich anschauen. Foul-tarnished. In search of the Elder Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. Oh, ich hab vergessen. Da war ja noch ein NPC vor der Tür. Oh. Oh, Jia war noch da. Was das geht? Warum geht das nicht? Leute. Haben die das gepatcht? Macht mich nicht schwach. Die haben doch gesagt, die machen keine Offline-Patches mehr. Das gibt's nicht. Das funktioniert nicht mehr. Wir haben das deaktiviert. Komplett. Das gibt's nicht. Alter. Was für ein übler Dreck ist das? Jetzt, jetzt. Ah. Die haben das einfach deaktiviert. Ich krieg zu viel. Echt. Ja. Ich bin sehr enttäuscht. Miyazaki. Miyazaki, ich bin nicht sauer. Ich bin nicht wütend auf dich. Aber ich bin enttäuscht. Das gibt's doch nicht. So. Stufenaufstieg. Jetzt machen wir das auf 15. Zauber erlernen. So. Der Verfall. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Wieso? Dann nehmen sie mir dieses schöne Spielzeug weg. Okay. Es war trotzdem einfach. Ihr habt gesehen, selbst ohne die Funktion hat's funktioniert. Selbst ohne das. Das Bestien-Siegel. Hab ich keine anderen? Das ist ja schade. Ich hab noch gar keine Siegel zum Wirken von Wundern. Ich hätt auch gern eins für Drachenwunder. Dann müssen wir mal gucken, dass ich das in einer der nächsten Folgen mal finde. Wenn ich weitermache. Ich find das jetzt echt krass, dass die mir das einfach rausgenommen haben. Das find ich nicht cool. From Software. Nein. Dann beende ich sofort dieses Projekt. Hi, Lord, Master, King, Slayer, Gott, geiler Typ. Da kommst du doch noch gerade rein, während des Bosskampfes. Bin gut reingerutscht, ja. Ganz gemütlich. Wir haben die Kinder geweckt und sind dann schlafen gegangen. Kinder, Feuerwerk, gute Nacht. Wir schlafen jetzt. Ihr dürft nicht gucken. Nee, nee, wir haben geguckt. Wir haben's uns angeguckt und sind dann schlafen gegangen. So, hier war auch was. Ah, steckt es. Ja. So, das ist aber krass. Ja, hab ich auch letztens erst das Video noch gemacht, wo ich gezeigt hab, wie das funktioniert. Und jetzt auf einmal ist es nicht mehr drin. Hammerhart. Hier geht's ja auch noch runter, ne? Hier ist noch ein Bonusweg. Versteckte Sachen. So, wir da runter. Ich hab ja grad gelevelt, ne? Nach mir die Sinnflut, alles egal. Ach, da komm ich nicht ran. Ja, na, komm, komm, fast, fast. Du kannst das Lut auf der Zunge schmecken, aber du kannst es mit der Hand nicht erreichen. Ah. Da war ein Loch. Hier ist ein Blümchen. Da komm ich noch nicht rüber. Da muss man von der anderen Seite dahin. Ha. Krass. Was für eine Weitsicht. Ich spiel ja gerade, ich erzähl jetzt nochmal, ich spiel ja gerade Final Fantasy 15. Ich habe Final Fantasy 15 schöner in Erinnerung, als es wirklich ist. Der Spiel ist schon auf einer PS5. Was ja dann die ganze PS4 Pro 4K Optimierung hat. Aber es sieht halt einfach schlecht aufgelöst aus. Alles auf Distanz ist schlecht aufgelöst. Die Level of Detail und so. Ist ja alles hart gecodet natürlich. Auf dem PC sieht das Spiel noch richtig gut aus. Ich hab mir Vergleichsvideos angeguckt. Auf dem PC kann man ja alles hochdrehen. Da kann man auch Level of Detail auf die Entfernung hochdrehen. Die PS5 könnte das natürlich genauso. Aber das ist halt hart gecodet. Die war halt zu der Zeit noch ein feuchter Traum. Dass es mal jemals eine PS5 geben würde. Okay, hier. So kommt man dahin. Geheimnis entdeckt. Boah, ja, fett. Ich habe das Feuerfett eben auf der Zunge gespürt. Ach, da kommen wir nicht mehr hoch. Ach, den ganzen Weg nochmal. Das war der Rückweg. Geiler Typ. Wie hast du denn Silvester gefeiert? Was nicht mehr drin ist, ist die Flamme der Rotmähne habe ich eben ausprobiert. Flamme der Rotmähne macht nicht mehr, dass die Gegner einen Guardbreak haben und man sie critten kann. Das ging vorher bei Drachen. Das ging vorher bei Margit. Da habe ich ein Video gemacht vor ein paar Wochen, wie ich das bei Margit gemacht habe. Und jetzt gerade ging es gar nicht mehr. Ich konnte niemanden critten. Oder war es wegen zweihändig? Du bist verletzt, nicht wahr? Ich empfehle mich gegen den Hauptgarten in den Kasteln. Es ist festgelegt worden, von alten alten Hohen. Oh, probiere die Öffnung hier. Die Kasteln wissen nicht darüber. Du verletzt den Kasteln, nicht enttäuscht. Ja, das ist der Geist. Du bist nur der Art von Tarnisch, den ich mag. Ich versuche für deinen Erfolg. Warum steht er da und tritt dem Boss auf dem Kopf herum? Er war natürlich von Anfang an da und hat uns geholfen. Uh, das war knapp. Ruinenfragment. Das ist auch von mir gesetzte Markierung, ne? Das ist schon geil, dass man irgendwo weit in der Entfernung eine von mir gesetzte Markierung sehen kann. Guckt mal. Wo ist die denn? Hier ist das die. Hier, da. Auf dem Berg da hinten, auf der Insel. Krass. Kann man hier... Man kann da hoch. Man soll da hoch. Aha. Super. Nee, man soll nicht da hoch. Schmiedestein, Stufe 2. Aha. Oh, aber wie tot werde ich sein, wenn ich hier runterfalle? Da kann man runter. Da kann man runter. Aber hier kann ich es nicht sehen. Es ist so dunkel. Ah, cool. Du hast ja auch Eldring geholt. Für welches System denn? Du hast vielleicht auch schon bemerkt, dass ansonsten keiner mehr im Stream drin ist scheinbar. Und ich habe ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass ich die Storybosse ganz easy mache. Und gerade dann, wenn das große Finale kommt, ist keiner mehr da. Aua. Aua. Ha. Ha. Ich habe es berührt. Ha. Was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Ich habe es berührt. Ich habe es schon berührt. Blöder Vogel. So. Ich finde es aber unbequem auf Dauer hier zu sitzen. Oh. Diese blöden Gamer-Stühle. Total unbequem. Wie kann die Jugend nur darauf sitzen? Ich wollte noch hier reingucken, denn ich habe eine weitere Tasche bekommen. Und das brauche ich nun wirklich nicht mehr. Medaillon des Brüllens. Was kann man gebrauchen? Schild benutze ich nicht. Euer Talisman. Hier das. Kann man gut gebrauchen. So. Dann. Das erhöht den Glauben. Erhöht den Feuerschaden dann. Stärke und Geschick gehen. Hochkondition gehen. Geht das deswegen? Ich hatte doch eben das hier ausgerüstet und deswegen konnte ich alle Sachen tragen und trotzdem eine Quick-Roll machen. Vielleicht das hier für 5 FP. Nehmen wir das. So. Und kassieren dafür mehr Schaden. 30% bei Steam für PC. Hm. So, ich wollte das gleich auch beenden. Das Schloss machen wir jetzt nicht mehr durch. Mir fällt ein, es gab ja noch geheime Abschnitte. Du blöder Vogel. Bleib stehen. Ich zer-one-hitte dich. Zu spät. Du wurdest zer-one-hitted. Ich höre Geräusche. So. Ein guter Zeitpunkt, das zu beenden. Oh, das ist ja unbequem im Stuhl. Oh. Oder ich muss irgendwie näher dran. Mal gucken. So. Noch ein Stück. Ich rolle auf Teppich. Oh, bequemer. Einmal durchhängen. Komplett. Leute. Ich habe den Story Boss gemacht. Ich könnte mich auch nochmal raus-teleportieren. Und wir können ja jetzt hier eigentlich noch Sachen machen, die ich vergessen habe. Wie zum Beispiel war doch hier irgendwo... Hier war doch auch noch ein Dungeon. Das fehlt noch. Außerdem habe ich mir doch Sachen markiert. Hier, das fehlt noch. Da wollte ich noch rein. Hier war auch noch ein Dungeon versteckt. So viele Dungeons, die ich markiert habe. Wenn ich mit einem anderen Spiel stand, bin ich auch schon den Turm hier runter. Um dann festzustellen, dass ich den Boss auf gar keinen Fall schaffe. Auf gar keinen Fall. Nimm nicht der Turm. Der Turm hier. So. Aber da war noch ein Dunkelschmiedestein drin. Den ich dringend haben wollte. Naja. Leute, wir haben Margit besiegt. Ist das nicht schön. Und keiner hat's gesehen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Katzen beschweren sich oben. Die hüpfen, obwohl die haben Essen bekommen. Aber die tun jetzt so, als hätten sie kein Essen bekommen. Um noch mehr Essen zu bekommen. Ich salte noch mal den Chat. Hätte ich zu Weihnachten anmachen müssen, man. Zu Weihnachten hätte ich streamen müssen und dann den Salty Chat anmachen. Nur dafür. Okay. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye, bye. Gute Nacht. Euer Gonzo.